Sie kennen das doch auch, oder? Sie waren den ganzen Tag unterwegs mit dem Auto, haben Erledigungen gemacht, Einkäufe, Getränke mussten gekauft werden, die Gäste kommen ja am Wochenende, und dann fahren sie gut gelaunt nach Hause, schönes Wetter, alles super, und dann kommen sie zu Hause an und sehen, dass schon wieder der Parkplatz besetzt ist, ja, ihr Parkplatz, schon wieder hat der Nachbar sich da drauf gestellt, obwohl sie doch schon dreimal gesagt haben, dass der bitte nicht dort parken soll, oder die Gäste von dem Nachbarn, die immer wieder auf ihrem Parkplatz parken, das ist Schnee von gestern, denn wir haben da was ganz tolles für Sie, dass Ihnen einiges an Nerven spart, richtig? Absolut, liebe Zuschauer zu Hause, wir haben hier endlich das richtige Werkzeug, damit Sie die absolute Kontrolle über Ihre Parkflächen haben, über Ihren Stellplatz, über Ihren Parkplatz, und zwar unsere automatische Parkplatzsperre mit Solarversorgung, also hier solarbetrieben, das bedeutet für Sie, Sie müssen sich keine Gedanken um die Stromversorgung machen, was ist jetzt da das Highlight? Sie sehen das schon, normalerweise, wenn Sie Ihren Parkplatz, Ihre Stellfläche verlassen, dann bekommen Sie eine Fernbedienung mitgeliefert, schauen Sie mal, da ist sie, so, und dann aktivieren Sie Ihre Parkplatzsperre, wenn Sie reinfahren wollen, deaktivieren Sie die auf Knopfdruck per Fernbedienung, und dann fährt die wieder runter, wenn Sie rausfahren, dann schalten Sie die scharf. So, hier sehen Sie das Solarpanel. Wir haben aktuell hier eine Stromversorgung, weil wir hier in unseren Studios natürlich kein Sonnenlicht haben. Deshalb hier aber für Sie ganz wichtig, das Kabel ist für Sie uninteressant, für Sie gilt hier keine Kabel, weil wir eben hier unseren Akku per Solarpanel aufladen. So, was passiert jetzt, Vivian, wenn da jemand kommt und auf diese Parkfläche, auf diesen Parkplatz fahren soll, der ihm nicht gehört, wo er unbefugt ist, wo er nichts zu suchen hat? Ganz einfach, er fährt mit seinem Fahrzeug dagegen, und dann geht hier ein Alarm los. Wow! 85 Dezibel. Vivian, was macht man in diesem Fall? Ja, ganz schnell wieder wegfahren. Ganz schnell wieder wegfahren, bevor nämlich der eigentliche Besitzer eben rauskommt und erkennt, Mensch, da versteht jemand auf meinem Parkplatz. Also, das ist eine sensationelle Einrichtung. Wirklich absolut klasse. Und wenn Sie beispielsweise in einer Straße wohnen, wo sowieso Parkraum knapp ist, wo Leute, Besucher anderer Bewohner dieser Straße immer wieder ihren Parkplatz zuparken, wenn Leute immer wieder eine Anliegerstraße nutzen, die ausschließlich für die Bewohner dort zugelassen ist. Privatwege können Sie damit absichern. Gegenfahren, es ertönt ein Signalton, ein extrem lauter und greller Alarmton. Das Ganze wird deaktiviert, auch per Fernbedienung, und dann können Sie Ihre Parkplatzsperre wieder aktivieren und wieder scharf schalten. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Vor allem eben auch zu dem Preis, Vivian, den wir hier aufrufen. 189,91 Euro. Ich glaube, jeder, der die Situation schon mal hatte, weiß, dass das eigentlich unbezahlbar ist, das Gefühl zu wissen, man kommt nach Hause. Der Kofferraum ist beladen mit Getränken, mit Einkaufsgut. Und Sie wissen, Sie können auf Ihrem Parkplatz parken. Der Parkplatz steht ja auch Ihnen zu. Wir haben das selbst auch bei uns in der Straße, dass ganz, ganz oft die Kinder oder die Bekannten oder die Freunde von unseren Nachbarn auf unserem Grundstück parken. Und deshalb muss man selbst dann gefühlt zwei Kilometer zum eigenen Parkplatz laufen oder zum Haus, weil irgendwelche fremden Leute gedacht haben, ach, nehme ich doch mal gleich den Parkplatz. Das ist Schnee von gestern. Das ist so eine Wohltat, einfach auch im Baltern für Ihre Seele zu wissen, dass Sie sich da nicht mehr ärgern müssen. Hier sehen wir einmal die Montage. Ganz genau. Und auch die Montage. Das ist wirklich herrlich einfach. Löcher bohren in Stein ist überhaupt kein Problem. Und dann befestigen Sie Ihre Parkplatzsperre bombenfest. Die kann also niemand entfernen. Die kann niemand wegnehmen. Und das ist auch schon das Einzige, was Sie machen müssen. Sie müssen keine Kabelschächte freilegen und Kabel verlegen. Die Energieversorgung, die funktioniert eben über unser Solarpanel. Und damit wird Ihre Parkplatzsperre aktiviert. Sie sehen, die Ausführung ist massiv. Das bedeutet, normalerweise wird da gar keiner drauf fahren, weil er Angst hat, er könnte sich seinem Fahrzeug etwas tun. Man sieht es ja auch. Es ist abschreckend. Es soll abschreckend dienen. Und da haben Sie jetzt das richtige Tool dafür. Nochmal, wenn Sie immer wieder Probleme haben, dass jemand auf Ihrer Stellfläche, auf Ihrem Parkplatz steht, der explizit vielleicht sogar noch mit Ihrem Kennzeichen ausgewiesen ist. Hier sehen wir es nochmal. Und dann sollten Sie das tatsächlich installieren. Das ist wirklich ein tolles, tolles Tool, das man hierfür nutzen kann. Und sehen Sie mal, aus dem Fahrzeug raus wird die Parkplatzsperre deaktiviert. Der Bügel, der Sperrbügel klappt sich weg und Sie können einfach drüber fahren. Und das Ganze funktioniert auch, wenn Sie Ihre Parkfläche verlassen. Per Fernbedienung aktivieren Sie den Sperrbügel. Der fährt automatisch hoch und Ihre Parkfläche, Ihre Stellfläche ist jetzt gesichert. Ich finde, das ist wirklich grandios. Denn ich glaube, dass viele, viele Menschen sich da schon unzählige Male geärgert haben. Oder was ja auch immer so ein Klassiker ist oder ein Fall, dass zum Beispiel, gerade wenn man natürlich bei neu bebauten Häusern zum Beispiel wohnt und da alles so knapp kalkuliert wurde von den Maßangaben, dass der Nachbar gedacht hat, Mensch, eine ganz, ganz knappe Ausfahrt aus meiner Garage reicht mir komplett aus. Ja, und Sie zum Beispiel mit dem Nebenhaus, mit dem Nachbarhaus haben dann Probleme beim Parken, je nachdem, wie die Person steht. Da ist das natürlich auch was Schönes. Und ich glaube, es ist einfach generell so ein tolles Gefühl zu wissen, dass man auch nicht immer dann irgendwo klingeln muss. Immer, denn man weiß ja auch nicht immer, von wo sind die Gäste jetzt, von wem ist das Auto, das da steht. Da ärgert man sich, da denkt man, Mensch, ich komme auch so schlecht raus. Oder die, die, ja, die Hildegard, die hat auch immer so Probleme mit den Augen beim Ausparken, mit den Abständen. Jetzt muss ich hier rangieren und machen und tun, weil jemand unbefugt ist, auf meinem Parkplatz steht. Ist ja eigentlich gar nicht notwendig, wenn man jetzt hier so einen Parkplatzwächter, so eine Sperre hat. Die Bestellnummer lautet NC 5371 und die 569. Und ich glaube, es geht hier einfach nur allein schon um die geschonten Nerven, die man hat, wenn man einfach weiß, auf meinem Parkplatz parke jetzt nur noch ich. Und vor allem ist es ja auch so, du gehst einem Streit mit deinen Nachbarn aus dem Weg. Weil bisher ist es so, es parkt jemand auf deiner Stellfläche, du musst ausfindig machen, wer ist es denn? Gehst zum Nachbar, der ist natürlich irgendwie gerade freudig mit seinem Besuch beschäftigt und dann kommt es wieder zum Konflikt. Es kommt zu Diskussionen, kann bitte das Auto weggefahren werden? Nein, nicht jetzt, später. All das ist natürlich auch was. Das kann man damit vermeiden. Der Parkplatz, der Stellplatz ist gesichert, da kann gar kein anderer drauf fahren. Das heißt, keine Diskussionen, keine Konflikte und das Ganze natürlich herrlich einfach, wie Sie es kennen von Ihrem Pearl TV. Wir liefern Ihnen einfach die richtigen Tools, damit Sie es einfach haben im Leben. Und du hast es schön gesagt, auch gerade so Konfliktpunkte. Vielleicht ist man da schon mal mit dem Nachbarn angeeckt. Ich meine, die kann man sich ja meist nicht aussuchen. Man zieht irgendwo hin, bleibt dann dort auch mehrere Jahre und möchte dann vielleicht auch nicht wegen sowas. Man hat es ja eigentlich, eigentlich ist man ja auch nicht so, dass man kleinlich ist mit so Dingen. Aber es ist schon öfter vorgekommen. Sie haben sich schon öfter geärgert und es wird jetzt einfach mal an der Zeit etwas dagegen zu tun. Und dann ist das die einfachste Möglichkeit. Da müssen Sie sich nicht rechtfertigen. Da müssen Sie nicht bei fremden Haushalten klingeln. Da machen Sie auch keine Streite mehr oder Konflikte, die entstehen, weil Sie einfach sagen Mensch, das montiere ich mir jetzt. Und da wird dann vielleicht der Nachbar noch mal blöd gucken. Aber das Thema ist ein für mal alle Male damit gegessen, wenn Sie jetzt bestellen mit der NC 53 71 und der 569 für 189,91 Euro versandkostenfrei. Und denken Sie bitte daran, liebe Zuschauer, Sie müssen sich keine Gedanken um Kabelschächte machen. Sie brauchen keine Steckdose. Das Ganze funktioniert per Solar und per Tageslicht. Die Batterie wird geladen per Tageslicht und Sie brauchen keine Kabel legen. Nochmal, damit das auch wirklich gut rüberkommt und damit das für jeden klar ist. Stromversorgung ist dank Solarpanel gesichert. Sie kommen dann demnächst nach Hause mit einem voll beladenen Auto, voll gepackt und einfach mit. Da haben wir die Parkplatzsperre runter, zack direkt vor der Haustür parken. Ach entspannt, schau mal. Der Besuch von den Nachbarn, der kann jetzt auch da hinten stehen, wo ich normalerweise geparkt habe. Was meinen Sie, was das für ein tolles Gefühl ist? Einmalig bestellt, viele Jahre Freude damit, abschreckende Wirkung, deshalb hier gleich in die Leitung gehen und zugreifen und dann ganz entspannt Autofahren und vor allem nach Hause kommen. Viel Spaß!